Ja, herzlich willkommen hier in Sankt Nikolai in der Kirche hier am Alten Markt in Kiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und werde gleich noch mal ein paar Worte auf Platic, also in der Landessprache, an Sie, an Euch richten. Also Sankt Nikolai spielt wie den Kieler Umschlag, sieht ja und dach eine ganz große Rolle. Das geht ja damit los, dass die Fahnen, die den Kieler Umschlag inliegen doet, dass die von Buten an den Toren hängen doet. Und dann ging das los, oder die Umschlag geht los, da war da oben gut mit dem Bürgermeister sie in Böcks. Und mit den Böcks hat das auch was zu tun, das wäre früher, wäre das Schild und Blech. Und ein Jahr wäre das so, dass die Küste wohl keine Lust haben, das Ding richtig wegzupacken, hätte das in den Ecken gelegt, und dann wäre da so ein Dreieck bin, und nächstes Jahr ist die Rüte gekommen und ein Toren, und da hätte die Leute gesagt, guck mal an, das ist ja gut als so ein Böcks. Und sie denn dach ist das, den Bürgermeister sind Böcks. Und gerne erinnert mich auch an die Hochtieten, die für den Umschlag, für die Tiet, für den Umschlag fährt wurden. Das gefühlt noch Lüte, die hätten wir damals hier in den Kack, hätten wir die Trüte, und die kommt jedes Jahr, kommt die noch mit der Herberlöte Kinder, und freuen sich mit uns, über die Tiet, die damals ablopen ist, hier in Sankt Nikolai, wie der Kack. Und ich darf zum Schluss nochmal vielen Dank sagen, an die Leitung von der Kack, dass wir hier jedes Jahr so bannig, gut und nett empfangen worden sind. An's goden.